Herzlich Willkommen zu diesem dritten von sieben Videos von mir zum Buch von Francis Fukuyama Identität. In diesem dritten Video geht es um die Identität der Menschen und verschiedene Sichtweisen versucht Francis Fukuyama eben hier aufzuzeigen. Laut Francis Fukuyama kann die gegenwärtige weltweite politische Entwicklung mit der sogenannten Identität des Menschen erklärt werden. Unter Identität versteht man das, was typisch für die Menschen ist und ihn damit ausmacht. Eine Antwort auf die unter anderem durch Immanuel Kant bekannte Frage, was ist der Mensch, muss auch Auskunft über dessen Ziele und Bedürfnisse geben. Fukuyama versucht aufzuzeigen, was man früher unter Identität verstanden hat und inwiefern die Identität der Menschen die Entwicklung der Politik beeinflusst. Die meisten Denker, Denkerinnen gehen heute davon aus, dass es menschliche Grundbedürfnisse nach unter anderem Nahrung und Sexualität gibt. Menschen streben darüber hinaus nicht nur materiellen und wirtschaftlichen Wohlstand an, sondern unter anderem auch, und das ist der zentrale Punkt von Francis Fukuyamas Vorstellungen, eine Anerkennung des Wertes ihres eigenen Selbst. Das eigene Selbst des Menschen besteht einerseits aus der einzelnen Person, also dem Individuum selbst und dem sogenannten äußeren Selbst. Zum äußeren Selbst gehört unter anderem die eigene Familie, die gesellschaftliche oder ethnische Gruppe, der man angehört, oder der Staat bzw. Nation, der man sich zugehörig fühlt. Menschen wollen stolz auf sich selbst und ihre eigenen Leistung sein können, das wäre dann das innere Selbst. Sie wollen unter anderem auch stolz auf ihre eigene Familie und gesellschaftliche oder ethnische Gruppe sein, das wäre wiederum das äußere Selbst. Die Menschen begnügen sich in der Regel, aber nicht, meint Francis Fukuyama damit, selbst stolz auf ihr eigenes Selbst zu sein, sondern sie verlangen auch von anderen Menschen, sowohl die Anerkennung des Wertes ihres eigenen inneren Selbst, also die eigentliche Person, als auch ihres äußeren Selbst, d. h. ihrer Familie, Nation, Kultur etc. Wenn nun beispielsweise einerseits Angehörige einer Minderheit wie Migranten, also Zuwanderer, die Anerkennung der Kultur ihres Herkunftslandes einfordern und andererseits Mitglieder der Mehrheitsbevölkerung des Gastlandes die vollständige Anerkennung und Unterordnung unter die eigene Nation verlangen, kann es zu einer Gefährdung des Zusammenhalts dieser multikulturellen Gesellschaft und damit dem Ende der Demokratie in diesem Staat kommen. In diesem Beispiel entsteht ein Konflikt, da die Mitglieder der verschiedenen Gruppen einander gegenseitig den Wert des jeweils anderen eigenen Selbst in Frage stellen oder sich unter Umständen sogar als kulturell Überlegen präsentieren, was wiederum von der anderen Gruppe als Demütigung empfunden wird. Bereits in der griechischen Antike beschäftigte sich unter anderem der Philosoph Platon im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. mit der Identität des Menschen und damit mit der Frage, was den Menschen zum Handeln, Denken und Empfinden bewegt. Platon meinte, der Mensch würde sowohl durch die Nus, seine Psyche und den Thymus beeinflusst. Unter dem Nus verstand Platon den Verstand bzw. die Vernunft des Menschen. Die Psyche war für ihn der Ort, an dem der Mensch etwas fühlte und dachte. Der Thymus stellte für Platon die Antriebskraft, das Gemüt und das Streben nach Anerkennung und Respekt dar. Platon unterschied zwei Arten des Thymus, die Isothymia und die Megalothymia. Die Isothymia steht für das Bedürfnis, verglichen mit anderen als gleichwertig zu gelten und die Megalothymia für das Bedürfnis von anderen Menschen als überlegen angesehen zu werden. Ungefähr 2000 Jahre später unterschied dann der deutsche Theolog und Reformator Martin Luther, der lebte ja von 1483 bis 1546. Er unterschied das innere Selbst des Menschen und sein äußeres soziales Wesen. Da das innere Selbst die eigenen Überzeugungen, Empfindungen, inneren Werte und Bedürfnisse enthält, ist es für den Einzelnen, das Individuum, besonders bedeutsam. Das äußere soziale Wesen des Menschen enthält das Verhalten und die Handlungen der Menschen. Und da das innere Selbst für Luther der Ort des Glaubens war, war das innere Selbst für ihn als Theologen bedeutsamer, da Überzeugungen als wichtig erachtete, als das Verhalten bzw. Handlungen des äußeren sozialen Wesens. In den Jahrhunderten nach Martin Luther nahm dann die Bedeutung des eigenen Selbst aus Sicht der Menschen immer mehr zu. Und mit der Zunahme der Bedeutung des eigenen Selbst, also der eigenen Person, nahm auch das Bedürfnis der Menschen nach Anerkennung durch sich selbst, Selbstachtung und die eigene, sie umgebende Gruppe bzw. Gesellschaft zu. Und der Einzelne nahm sich zunehmend wichtiger als die Gesellschaft, in der er lebte. Und besonders ab dem 19. Jahrhundert verbreitete sich in den westlichen Staaten Europas und Nordamerikas die Überzeugung, vom Verglichen mit dem äußeren Selbst, das heißt die Gesellschaft, höheren Wert des eigenen Selbst, also der eigenen Person und damit der sogenannte Individualismus. Und da im Laufe der Zeit die einzelnen Menschen sich selbst als immer bedeutsam erachteten, nahm in ihren Augen die Bedeutung der Gesellschaft und damit auch die Notwendigkeit bzw. Verpflichtung ab, sich für die eigene Gemeinschaft zu engagieren. Die Menschen stellten sich zunehmend eher die Frage, was der Staat für sie leisten könne und nicht was sie selbst machen könnten, damit die eigene Gesellschaft gut funktionieren könne. Für den deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel stellte der Thymus das Geltungsstreben in der menschlichen Geschichte und Politik dar. Hegel meinte, man könne das Streben der Menschen und damit auch der Gruppen und Staaten etwas zu leisten und einen Fortschritt erreichen zu können, mit Hilfe ihrer Anliegen Anerkennung zu erlangen, also den Thymus erklären. Wie bereits erwähnt, kann man den Wunsch nach Anerkennung der Thymus als Isothymia oder Megalothymia betrachten. So wäre beispielsweise der jahrzehntelange Versuch Indiens als Kolonie unabhängig von Großbritannien zu werden, ein Beispiel für die Isothymia, also das Bedürfnis als gleichberechtigt, mit anderen freien und unabhängigen Staaten zu gelten. Der Versuch der Nationalsozialisten und ihrem Anführer Adolf Hitler, bestimmte Völker und Bevölkerungsgruppen zu unterwerfen, zu versklaven und auszurotten, kann als Megalothymia bezeichnet werden, da dahinter der Wunsch stand, als überlegen anerkannt zu werden. Francis Fukuyama verweist im Zusammenhang mit dem Thymus auch auf eine biologische Sichtweise der Erklärung des menschlichen Bedürfnisses nach Anerkennung, Achtung, Würde und Stolz. Heute gehen Biologen davon aus, dass einerseits diese grundlegenden Bedürfnisse bei Menschen angeboren sind und andererseits der Umgang mit ihnen aber erlernt wird und von der jeweiligen Kultur, in der die Individuen leben, abhängig ist. Und so gibt es beispielsweise in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Vorstellungen, was man unter der sogenannten Familienehre, eine Form des Äußeren selbst, versteht, bis hin zu der Auffassung, man müsse Beleidigungen der eigenen Angehörigen gewaltsam in Form der Blutrache rächen. Und diese biologische Sichtweise beruft sich unter anderem auf die Untersuchung von Primaten, also Menschenaffen, die unter anderem aufgrund ihrer komplexen Gesellschaftsstruktur, also dem Aufbau der Gesellschaft, und Ähnlichkeit der Gene mit den Menschen vergleichbar sind. Bei einer Studie an Schimpansen wurde deren sogenannter Serotonin-Spiegel gemessen. Das Serotonin wird auch aus Glückshormon bezeichnet und kann, wenn es im ausreichenden Ausmaß bei Primaten und Menschen vorhanden ist, beim Individuum unter anderem Wohlgefühl und Euphorie bewirken. Das Gefühl des Stolzes und der Selbstachtung stellt sich beispielsweise bei Menschen mit einem hohen Serotonin-Spiegel ein. So konnte bei den Anführern einer Schimpansen-Horde, den sogenannten Alpha-Männchen, im Verglichen mit den anderen Mitgliedern der Gruppe besonders hoher Serotonin-Spiegel festgestellt werden. Aus psychologischer Sicht entsteht bei Menschen, deren eigener Wert nicht respektiert und deren Wünsche ignoriert werden, unter anderem Gefühle des Ausgeschlossenseins von Möglichkeiten. Diese Menschen können kaum noch Möglichkeiten der Selbstverwirklichung für sich erkennen und entwickeln deshalb starke Gefühle. Das Gefühl der Nicht-Anerkennung des eigenen Werts bzw. des eigenen Selbst kann so stark werden, dass eine Bedrohung der eigenen Identität als Individuum wahrgenommen wird. Menschen können sich aber auch als Angehörige einer bestimmten Nation, ethnischen Gruppe wie zum Beispiel als Migrant, also Zuwanderer, sozialen Gruppe wie zum Beispiel als Brauer, Arbeiter in seiner Identität als nicht ausreichend wertgeschätzt wahrnehmen. Denn häufig wird in diesem Zusammenhang Eliten und politischen Führerinnen der Vorwurf gemacht, verantwortlich für die Mangel der Anerkennung der eigenen Person oder Gruppe zu sein. Die politische Bedeutung bzw. Folge des durch Mangel der Anerkennung entstandenen Gefühls des Ausgeschlossenseins von Wohlstand und Mitbestimmung liegt unter anderem darin, dass die Unzufriedenheit der Menschen zu Protesten in gewaltsamer Form wie Revolutionen und in demokratischer Form zur Abwahl von Regierungen führen kann. Anhand der erwähnten Beispiele kann man laut Fukuyama erkennen, dass der Thymus in Form von Isothymia und Megalothymia die politischen und geschichtlichen Ereignisse beeinflusst. Bei Menschen, die meinen, ihnen Würde, Anerkennung und Respekt verweigert, können starke Gefühle wie politische Unzufriedenheit und damit die Bereitschaft zur Veränderung der momentanen politischen Verhältnisse entstehen. Die politische Unzufriedenheit kann so weit gehen, dass unter Umständen auch eine Abschaffung der Demokratie gefordert werden könnte und die Menschen empfänglich für die vereinfachte Darstellung extremer Parteien, Stichwort Populismus, werden. Und diesen Vertrauen die Herausforderung der Gegenwart und Zukunft besser meistern zu können, als die herrnköplichen Parteien. Je nachdem wie stark bei den Menschen der Drang nach Anerkennung, also Thymus, in Form des Wunsches nach Gleichberechtigung, das wäre dann wieder nach Platon die Isothymia und Überlegenheit, das wäre die Megalothymia, vorhanden ist, haben diese eine voneinander unterschiedliche Individualität und Gruppenidentität. Die Individualität wird insbesondere vom Wunsch nach Anerkennung als Einzelner, also das Individuum und der Gruppenidentität als Angehöriger von zum Beispiel einer Minderheit, ethnischen Gruppe oder ganzen Nation und damit den Drang nach Anerkennung als Teil einer Gruppe beeinflusst. Es lassen sich zahlreiche Beispiele für den Einfluss des Thymus auf Politik und Geschichte finden, auch wenn diese unterschiedlich moralisch zu bewerten und abhängig von der jeweiligen Kultur sind. So können unter anderem zahlreiche Sklavenaufstände die feministische Bewegung, der Kampf um nationale Unabhängigkeit in Afrika nach 1945, der Nordirland-Konflikt, die Forderung nach der Loslösung Katalonens von Spanien, die Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre, der islamische Fundamentalismus, Formen des Nationalismus wie unter anderem in Russland, der Brexit mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU genannt werden. Als besonders große Herausforderung erachtet Francis Fukuyama in diesem Zusammenhang den weltweiten Einfluss der bereits erwähnten Populisten auf die Politik demokratischer Staaten. Ja, soweit dieses dritte Video. Im nächsten, vierten von meinen sieben Videos geht es dann um das, was Francis Fukuyama unter der sogenannten Identitätspolitik versteht. Bis gleich!